Die interaktive Filterung in Power BI, dieses Thema sehen wir uns nun gemeinsam an. Mit dieser nützlichen Funktion kannst du relevante Informationen mühelos auswählen. Du hast die Flexibilität, verschiedene Filteroptionen anzuwenden, von einfachen Zeitrahmen bis hin zu komplexeren Datenkombinationen. Die interaktive Filterung ermöglicht es dir, maßgeschneiderte Einblicke zu erhalten und fundierte Entscheidungen auf Grundlagen der Daten zu treffen. Die Nutzung dieser Funktion ist einfach und hilft dir dabei, deine Datenanalyse effizienter zu gestalten. Sehen wir uns nun das vorbereitete Beispiel gemeinsam an. Ich habe hierzu eine Beispielgrafik, ein Säulendiagramm im oberen Bereich und eine Tabelle im unteren Bereich und zusätzlich noch eine Darstellung einer KPI. Nun kann es sein, dass ich mit einer Filterung alle drei Grafiken gemeinsam filtern möchte oder nur selektiv eine bestimmte Grafik. Genau das möchte ich nun mit einem zusätzlichen Filter vorstellen. Und zwar füge ich nun einen neuen Slicer hinzu. Diesen gebe ich hier in den Bereich und suche mir ein entsprechendes Filter aus. Ich nehme das Department, welches unserer Filterung entspricht. Nun, wenn ich hier auf eine Filterung selektiere, werden alle drei Grafiken entsprechend angepasst. Nun möchte ich aber nur eine bestimmte Grafik filtern. Angenommen, nur die obere Grafik. Dazu selektiere ich diesen Slicer, wähle im Format im Menü auf Edit Interactions oder Interaktive Aktionen, klicke auf dieses und man erkennt, dass bei Klick sich eine oder zwei zusätzliche Symbole auftauchen, mit denen ich sozusagen eine interaktive Filterung setzen kann. Das Stopp-Symbol bedeutet, dass ich eben diese Grafik nicht filtern möchte. Hingegen dieses Filter-Symbol bedeutet eben, dass ich diese Grafik filtern möchte. Wie angenommen, möchte ich nun beispielsweise nur die obere Grafik filtern. So kann ich hier auf Stopp auf diese beiden Grafiken setzen und diese Interaktion ausblenden. Und wenn ich dann anschließend eine Filterung vornehme, dann wäre nur die obere Grafik selektiert. Ich kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt diese Interaktion wieder aktivieren und auch hier für die untere Grafik diese wieder setzen und kann so entsprechend unterschiedliche Grafiken selektieren. Es benötigt nicht unbedingt einen zusätzlichen Slicer, diesen kann ich auch hier entfernen mit Remove, sondern ich kann auch diese Funktion innerhalb einer Grafik anwenden. Beispielsweise, wenn ich hier auf einen Datensatz oder ein Element klicke, so werden auch diese drei Grafiken entsprechend aktualisiert. Und somit kann ich aber auch hier im Format auf Edit Interactions angeben, dass ich beispielsweise diese Grafik nicht filtern möchte, sondern nur die darunter liegende. Und habe nun auch diese Konstellation berücksichtigt. Wie ihr seht, könnt ihr damit sehr unterschiedlich Filterungen in euren Berichten durchführen und ermöglicht euch natürlich viele neue Perspektiven bzw. Features. Bitte nicht vergessen an dieser Stelle diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank!